Da rechts nach Leberkass. Was ist denn das wieder für ein Alkoholfrei? Ich leg ein Malbuch auch noch dazu, Alkoholfrei. Buntstifte, dass wir ein bisschen malen können, oder was? Ein paar Buntstifte, oder was? Alkoholfreies Bier, nicht sowas. Lenny, sag du was. Die Welt schreibt nicht mal an. Ha? Die Welt schreibt nicht mal an. Ja, meine Damen und Herren, wir dürfen Sie herzlich willkommen heißen. Auch die Zuseher über Facebook und im VIP-Bereich. Heute etwas später als geplant, ja, wir sind heute live. Heute etwas später als geplant, aufgrund der Umstände, ja, Frage an den Trainer.